wir fahren nach warburg stadt warburg und war nach gegenstein also über kassel hinaus mit der europa warburg wiespalen wiespalen ein fahrt richtung nach hagen und kassel hinein das letzte minute zum beispiel zu so können wir immer abfahren unsack und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren, der nächste Seite ist Gierenstein. Diese Fahrt endet dort, bitte alle aussteigen. Sie haben Umstellmöglichkeit in Warburg-Basfalen, über weiter bis Hagen. Dieser Zug fährt in Aufenthaltsrichtung nach Münster Hauptbahnhof und zurück nach Warburg. Bitte alle aussteigen, Gierenstein. Noch mal hinweisen, Gierenstein, alle aussteigen, bitte. Da fährt nichts mehr. Ich kann gut mit Sicherungssysteme umgehen. Man sollte mich ja natürlich hier ein bisschen Fahrkünste machen. Quereinstieg. Und die Mitarbeiter sagen sich, du, du fahren, ha ha, komm runter. So, also noch ein paar Meter, dann geht's ab. Hier ist 50, muss abbremsen, ist sehr wichtig. Und jetzt ist es ein bisschen geschlichen, richtig, richtig lässig und geschnitten, hingeschissen. So, hallo? Ist ja gut. Nicht so viel. Ich bin schon so, naja. Hin und her. Aufstiegseite. Hier sieht man das nicht. Links aussteigen. Ja. Gierenstein. Ausstieg. Fahrtdichtung links. So, wer jetzt richtig ist. Einmal in den Kommentaren korrigieren. So, schon mal die Türfreigabe an, nur das können. Zack. Aber erst, das tut sich, wenn ich stehen tue. So, angekommen. Und da halten aktuell nur andere Anbieter. Nvv mit seiner Legotram steht der fährt aktuell über Kassel. Pfff. Nicht mehr Regionalbahn. Fährt nicht. Zack. Angekommen. Ja. Fürs Erste sind wir angekommen. Da würde ich sagen. Äh. So. Ist ja angekommen. Alle aussteigen. Hier steigen. So. Das war's. Das war's.